Ich sagte dir, ich hatte Ausdauer. Einen wunderschönen guten Morgen, wieder guter Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Rayman Ausdauer, Legends fucking... Was trinken wir heute? Warsteiner. Denn nur... Eine Perle der Natur. Ah, oh, Dead to Death Slogan. Ja, Fortschritt durch Technik. Und wir retten Emma? Ja, wenn das denn so ist. Braveheart eilt zur Rettung. Fuck yeah. Shaolin Meister Dojo. Ach, das war die Scheiße. Oh, fuck. Ist ein bisschen her. Ja, das war toll. Okay. Au. Fuck, ich bin fett. Schlagen. Yay. Das gefühlt eine sehr anstrengende... Ja, leck mich doch mal, du Wixting. Scheiße. Machst du das mal. Präzision. Ah, shit, das war die Kacke. Ähm, ja, ich hab's, warte. In der Theorie hasse ich's auch. Nee. Die muss man angreifen. C. Ach, függ dich. Ah, fuck, 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 fuck. Stop it, fuck. Meine Güte. Ah. Ich meine, das geht doch irgendwie so. Ja, aber die packen manchmal Stacheln aus, diese Hurensöhne. Ja, Moment. Ah, shit. Mach mal lieber Sturzflüge auf die, das ist besser. Ah, scheiße. Diese... Ja. Fuck'n Ding in Braveheart. Shit. Nein. Zeitherausforderungen sind nicht unsere Stärke. Ah, Mist gebaut. Dreck, wie ging das, Mann? Spring. Sprinten und springen. War da nicht noch was? Okay, probieren wir es nochmal. Hm? Warte, was? Den können wir aber... So. Okay. Sure. Fuck. Der ist schön. Der ist immer schön. Ja, danke. Mach du was. Plark, plark. Ja, komm. Ja, den krieg ich jetzt auch hin. Komm schon. Vater! Was ist das? Yeah, nein! Yeah! Wo bin ich? Ich würde sagen, du darfst aber nicht gedrückt halten. Oh! Shit! Shit! Diese fetten Miststücke haben so den Style von Akumas aus D-Grey Man, falls jemand den Anime kennt. Manga-Dingst. Fuah! Du blöde, stumpfe Scheiß-Mist-Kreatur! Nein, das... Nein, das... Ja! Braveheart! Fuck yeah! Ach du Scheiße. Come and see the more fucking dare here! Ach man, das ist ohne die Stacheln viel einfacher! Schon! Ah! Ah! Du hast es gar nicht gekriegt! Nini, weenini! Ja, das wird wieder nichts. Danke! Nein, nicht noch einer! Gut, wir probieren das nächste Folge. Scheiße! Ey, kacke! ITC, jetzt mit sieben Minuten Fails. Boah, der ist aber aber hart, die Scheiße! Ja, schau, Lehmmeister, ne? Plagen wir uns mit Aufzügen rum. Ey, wehe, die Schlampe ist nicht cool. Ja, kann sie gar nicht. Wenn mal die Zuschauer sind jetzt so verwöhnt vom Braveheart. Aua, 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 aua! Das kann man gar nicht sammeln, verdammt! What? Ja, fick dich! Was will das Ding? Patrouillieren. Ach, du grinst nix! In Augen des Allmächtigen und Allwissen im Braveheart bist du nix! Yay! Sly! Oh! Was habe ich gesagt? Ups. Es hat dich gefettet! Es hat Braveheart gefettet! Oh, shit! Ja, aber mehr kann's auch nicht. Ich hingegen kann springen. Oh, da ist ja was. Hängt der da so Splinter Cell Style? Der ist ja geil, der Kerl. Ui! Spagat rumkriechen. Au. Warum bist du nicht mitgekommen? Ui! Keine Ahnung, ich war Splinter Cell Style. Ah! Ha! 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 Warum bist du nicht gesprungen? Münze! Münze! Achso. Münze! Ja, sagt das doch bevor ich in die Tür reinlaufe. Hu! 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 Stichle da! Äh! Du, du... Oh! Was geht? Das ist aber blöd für die, wenn wir sehen, wo die angreifen. Ja, die sind nicht so intelligent, glaube ich. Kleinling, Tackle! Kleinling, stirb! Was? Nein! Gibt es hier denn Splinter Cell Kröten, Alter? Schinyo Whitney! Ja, ein Herz! Was ist das denn der Scheiß? Ja, das kann ich den ganzen Tag sehen. Die Scheiße! Die Gummiente! Die Gummiente! Ey, was? Warum ist eine Gummiente elektrisch geladen? Obwohl, nein, warte, die Gummiente britzelt nicht, wenn er die schmeißt. Huuu! Wow! Kicke! Huh! Shit! Nein, 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 du bist gemein. Ja, keine Angst, ich komme wieder. Ach, du bist schon so zu well. Yay, Kleinling. Was ist das für ein geiles Arschloch? Wie gut, jetzt sind wir auf James Bond Style. Dr. Mundo, warte mal, hier gibt es bestimmt was. Jetzt waren wir auf James Bond Shit oder was? Wie gut, ey. Das Spiel hat mich mal nicht ausgelacht. Krass. Warte, warte, warte. Wetten? Ja, wie cool. Wir haben die Dinger das ganze Spiel übernummern ausgenutzt und wir wissen nicht mal, wie sie heißen. Nennen wir sie Fadenwürmer? Ja. Ja, okay. Fadenwürmer. Ja, OP Scheiße. Weißt du, nur weil ich in der Reichweite war, hat es mich getroffen. Wie kannst du unter Wasser? Ach, egal, blödes Kleinlingling. Das ist gelaufen. Ich habe sie erwartet, Mr. Kleinling und Mr. Brave. Oh, Scheiße. Wie geil. Die Mucke ist in diesem Spiel ja auch einfach so gut und gleichzeitig hilarious. Ja, O.P. Ach krass. Deswegen müssen die Münzen... Ach, deswegen ziehen die... Warte, warte. Deswegen ziehen die Münzen immer erst ein bisschen hinterher. Falls du dich in so eine Todesfalle stirbst. Hör mal die Dinger verfolgen einen. Ah, Herz. Oh, nur Scheiß. Ja, geil. Aber wir müssen hier weg, die verfolgen einen. Okay. Ähm, ups. Und sie sind schnell fettend. Kröten... 007 Minions. Meist du, meinst du, die Bösen können sich Fräsche leisten? Uh, das Spiel hat mich ausgeschlossen. Das ist eine Tür gefunden. Wow, sei stolz. Wait, what? Was tust du da? Der Takt der Musik reißt mich einfach mit. Okay. Äh, ich schätze Aufzug. Mainstream. Ich fliege. Verdammt, dann macht der auch noch... Ah, shit. Ah, ah. Ah, 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 ah. Fuck. Fuck. Wenn es nicht Trost ist, nur das Ding und mich ausgewichen. Oh. Oh, cool. Soll ich ihn töten. Flying. Ich nehme uns rücken, denk ich. Flying is the fucking Emo-Climbing shit. Oh. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Yeah. Ey, verteil deine Nummer. Ach du Kacke. Hast du mich gerade angegriffen? Nein, ah, nein, nein. Warum hast du mich nicht angegriffen? Dead Wizard. Dieser Schrei ist einfach zu... Was sollte ein Neu-William-Schrei werden? Die Kröten? Ja. Ja. Stell dir mal vor, Leonardo, Capri und Titanic hätten das geschrieben. Also, das war ein wunderbarer, das war ein wunderbarer, paralleler Hit, den wir da kassiert haben. Du hast noch nicht ganz verstanden. Du darfst wegen mir immer sterben. Aber nicht dann, wenn ich gerade gestorben bin. Ah, verstehe. Okay. Ah, kacke. Das ist so doof. Hm, das ist so doof. Mittig, mittig, mittig. Ja, danke. Überwannen sie. Scheitflüster. Was über... Ah, fuck! Die Dinger prallen ab, diese Huren. Ah, tue kacke. Meine Tür. Ein Chauvinistenschwein. Die Huren. Mit Bondage. Steht der immer drauf, ne? Oder alle Sand. Na ja. Ach, oh geil. What? Schauvinistenschwein. Lauf weiter. Die Mission zählt. Okay. Gut. Wie cool. Du Lappen. Ich vertraue den Spiel einfach immer zu sehr. Der... Oh, oh! Äh, ja. Ähm. Siehst du, genau das meinte ich. Jetzt darfst du wegen mir sterben. Also jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Kommt ne Faust geflogen direkt in deine Fresse rein. Der Biotr-Shock-Faktor. Nicht wohl nicht mehr. Wo ist... Wo bin ich? Oh. Ich bin fett. Oh, Schaden. Oh! Fuck! Was? Ich hab mich zu, so auf den Schaden konzentriert, den er kassiert. Kriegt der denn? Ja, jetzt kriegt er Schaden. Also die Blase reagiert zumindest. Okay. Ja, OP. Ey, shit, doch, ist das krass. Die Dinger werden... Wow! Die Dinger werden echt getrackert von dem ersten von uns, der da durchballert. Und dann ist Ende. Krass. Das gibt mir mehr Ansporn als jede Zeitenmission, die wir bis jetzt gespielt haben. Aha! Aha! Ja! Du, du, du! Ey! Fuh! Wow! Was ist das ja auch immer? Ach, nee, das sind ja immer verschiedene. Mhm. Die haben aber alle den gleichen Chromosomen falsch. Die Typen. Du, du, du! Herrlich. Ich... Ich hab'se in meinemallo! Ja. Ich hab's nicht gehört, ich hab's nicht mein' ab. Sorry, man. ein glücks los und ein goldrang und ein bartende naja ein paar glückslose können wir noch rubbeln oh ja rubbeln wir rubbeln wir also du rubbelst ich trinke magischer stift des rubbelns nachdem die sich da alle gefreut haben wir haben den zweiten verpasst ein trochel schwarzer kuschelt hier ein hässliches eine hässliche fratze aus filz das ist es blut also bl lobloch brauche 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 ja blau man 그다음 hat die nun ist das klagen ist Und er würde Dinge bezahlen, damit sie für ihn getan werden. Je nachdem welch... Okay, Peter Dinklage. Ach, wir haben nichts mehr. Nein, wir haben nichts mehr, Mann. Part Ende. Okay, aber ey, in diesem einen Film, Peter Dinklage ist ja nicht nur der reiche Lannister. Tyrion Lannister. Der ist auch nicht mehr reich. Ja, stimmt ja. Spoiler-Alarm. Haha. Es geht jetzt auch nicht mehr ums Spiel. Ja, nachdem er seinen Vater auf dem Klo beim Kacken schloss. Es geht nicht mehr ums Spiel. Wenn ein kleiner Zwergen-Kleinling einen Vater-Kleinling hätte, der diesen Zwergen-Kleinling töten möchte, in einer öffentlichen Hinrichtung vor lauter Kleinlingen, dann würde dieser Zwergen-Kleinling wahrscheinlich eine Armbrust-Kleinling auspacken. Zwergen-Kleinling? Der kleine Zwergen-Kleinling würde einen noch kleineren Armbrust-Kleinling auspacken? Ja, und damit den Vater-Kleinling, der auf einem Abort-Kleinling, also einem Donnerbalken-Kleinling, sitzen würde und einen Kleindling in den Tonnerbalken-Kleinling jagen würde, dann würde er wahrscheinlich mit diesem kleinen Ding eine Brust-Tumor-Untersuchung machen. Jetzt drücken wir langsam Stopp.